Wir sind heute beim Antenne Vorarlberg Badespaß und schauen mal, wie es den Leuten so gefällt. Uns gefällt es super da. Wir haben gerne gewusst, dass es ist. Und jetzt haben Buben und Gaudi, sind schon den ganzen Tag da. Am Eis essen, am Trinksen hier. Und jetzt warten wir bis um 12 Uhr da die ganze Bälle rüberkommen. Wie gefällt es dir? Gut. Gut? Super. Wie gefällt es euch da? Gut. Oder Lukas, gefällt es euch gut? Und sind wir schon bereit für die Wasserbälle? Ja. Von da vorne zu fangen und ein Selfie zu machen, oder? Ja, klar. Dann wünsche ich euch viel Glück dabei. Danke. Also ich finde es super. Also ich gehe jetzt mit den Kindern, ich habe drei Kinder. Und sie sagen jetzt, wir müssen da sein, wir dürfen dort nicht im Urlaub sein, weil es ist total lässig. In dem Schafall gerne dabei, oder? Ja, mal. Super. Und der Wasserbälle, also das ist ganz lässig gemacht. Sind sie da dabei? Ja. Perfekt. Sehr. Also Traumwetter, schöne Ambiente, nette Leute, Kinder, freudige Menschen. Perfekt, oder? Perfekt. Perfekt. Traumhaft. Traumhaft. Wie gefällt es dir da? Sehr gut. Es macht Spaß. Schau, was hast du alles schon gemacht? Äh, ich war baden und habe da so ein Brick probiert. Ja. Super. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß da. Danke. Und zum Schluss, warum sollten denn alle nächstes Mal wiederkommen? Weil es einfach die geilste Sommerveranstaltung im Ländle ist. Super Sommersound, der beste DJ-Sound. Dann natürlich unsere knallgelben Antenne Vorarlberg Wasserwelle, eh ganz klar. Da kann man einen Traumurlaub im Wert von 1500 Euro gewinnen. Dann haben wir natürlich für die ganz Kleinen eine super Mahlstation im Antenne Vorarlberg Zelt. Wenn es ein bisschen zu heiß ist draußen in der Sonne zum Abkühlen. Und unsere Antenne Vorarlberg Glücksau hat auch da haben wir tolle Preise. Unter anderem unser legendäres Antenne Vorarlberg Badischpaß-Handtuch. Das klingt auf jeden Fall super. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal.